Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um die Elgamal Signaturen. Natürlich hat der gute Elgamal hier auch ein Signaturverfahren vorgestellt, nicht nur ein kryptografisches Schema. Und ja, wir wollen uns heute angucken, wie das Ding funktioniert. Okay, ihr kennt hoffentlich noch alle Elgamal Verschlüsselungsverfahren. Da wird es demnächst auch ein Kramerschubverschlüsselungsverfahren. Da werde ich demnächst eins dazu machen, also ein Video dazu machen, weil das Elgamalverfahren ist ja nicht sicher gewesen. Genauso sieht es mit den Signaturen aus. Elgamal Signaturen sind leider auch nicht ganz sicher. Aber es gibt nur so einen kleinen Angriff drauf, den werde ich euch nachher auch noch zeigen. Und nächstes Mal schauen wir uns dann an, was es an möglichen Variationen gibt, sodass das Verfahren tatsächlich schön sicher wird. Okay, schauen wir uns ganz kurz nochmal das Verfahren an. Es basiert auf D-Log, das heißt wir sind jetzt bei den D-Log Signaturen angekommen und nicht mehr bei den RSA Signaturen, hatten wir jetzt genug. Und ja, wir haben jetzt hier erstmal Public Key mal wieder. Also ich schreibe jetzt nicht Gensign Verify auf, sondern einfach nur den Public Key. Der besteht aus G hoch X. G hoch X, so meinte ich das. Und im Prinzip ist es das schon. Ihr habt natürlich den Generator, also klein g. Dieses kleine g hier, das ist immer öffentlich. Das haben alle immer, 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 immer. Und Groß G, also die Gruppe, aus der dieser Generator wirklich der Generator ist, der ist auch allgemein bekannt. Da kann man auch zwischen mehreren Leuten denselben Generator teilen sozusagen und denselben, dieselbe Gruppe benutzen. Also meistens irgendwelche elliptischen Kurvengruppen, aber das ist jetzt nicht so wirklich wichtig. Okay, der Secret Key besteht dann logischerweise nur aus X. G hoch X kann man natürlich aus X berechnen, aber unter der Annahme, also unter der Diffie-Helman-Annahme, beziehungsweise unter der D-Log-Annahme, ist es schwer aus G hoch X wieder X herauszubekommen. Okay, so, und jetzt machen wir ein bisschen was anderes als bei dem Verschlüsselungsverfahren. Bei dem Verschlüsselungsverfahren war es ja tatsächlich so, dass wir hier ein G hoch R hatten und haben dann einfach gesagt, okay, wir nehmen jetzt unseren Public Keyen. Das hier hatten wir als H definiert, glaube ich. Ja, okay, ja, unten, tut mir leid, nicht oben. Genau, wir hatten ein G hoch R und wir haben dieses R, das war einfach perfekt zufällig oder gleich verteilt zufällig gewählt und dann haben wir einfach gesagt, wir nehmen H hoch R und multiplizieren die Nachricht dran. Das war unser Verschlüsselungsschema. Das geht jetzt natürlich nicht mehr, wir wollen ja eine Signatur erstellen und das müssen wir ein bisschen anders machen. Die muss ja verifizierbar sein mit der Nachricht. Okay, also, was machen wir stattdessen? Naja, wir ziehen uns ein A und ein B. Okay, dieses A und dieses B sind jetzt aber ein bisschen komisch gewählt. Wir ziehen uns als allererstes mal ein E, ein zufälliges E und berechnen daraus unser A als G hoch E innerhalb der Gruppe. Das heißt, wir nehmen den Generator und potenzieren dieses E dran. Dann bekommen wir das A. So, und dann stellen wir eine Gleichung auf. Diese Gleichung ist AX plus BE. Ja, nicht als Potenz, sondern ganz normal. AX plus BE muss gleich M sein, also die Nachricht M. Ihr erinnert euch, Signaturen, Sign, der nimmt immer den Secret Key, die Nachricht M und erstellt mir eine Signatur Sigma. Und das machen wir jetzt hier so, indem wir hier sagen, unser Sigma besteht aus zwei Teilen, wieder mal, nämlich aus A und B. So, und das A bekommen wir hier als G hoch E, wobei dieses E zufällig ist. und AX plus BE, dann nehmen wir einfach das B aus dieser Gleichung, sprich, im Prinzip rechnen wir B aus, indem wir M minus A mal X rechnen, äh, A mal X und das Ganze dann durch E teilen, dann bekommen wir B hier raus. Also, so im Prinzip. Wobei wir hier natürlich immer innerhalb der Gruppe rechnen, sprich, wir rechnen Modulo den Betrag von der Gruppe. Okay, und das ist im Prinzip das Elgermal-Signaturverfahren. Jetzt haben wir hier ein A und ein B, das E, Achtung, das E wird wieder einfach komplett weggeschmissen. Das weiß am Ende keiner mehr und das steht auch nicht in der Signatur drin, denn sonst könnte man ja aus der Signatur den Secret Key X rausrechnen. Aber da wir hier eben diese Gleichung AX plus BE gleich M haben, haben wir zwei Unbekannte, also, ich schreibe es gerade nochmal kurz hin, AX plus BE gleich M, Modulo habe ich jetzt hier verschluckt, haben wir zwei Unbekannte drin, sprich, wenn wir die Signatur haben, haben wir natürlich dieses A, wir haben B und wir haben M. Aber daraus können wir nicht X und E berechnen. Und das ist natürlich ziemlich cool, wenn man das irgendwie geheim halten kann. Das ist ja im Prinzip extrem wichtig, denn wenn jetzt E noch bekannt wäre, dann könnte ich hier X berechnen. Und das wäre ein bisschen schlecht. Und darauf basiert auch nachher der Angriff. Okay, also das ist mein Sign-Algorithmus. Mein Verify-Algorithmus, Verify, der nimmt wieder mal den Public Key, das muss ja überall verifizierbar sein, und die Nachricht M und meine Signatur Sigma, wobei Sigma hier aus A und B besteht. Das heißt, ich werde jetzt hier sagen A, B. Das ist einfach nur eine verkürzte Schreibweise dafür, dass wir im Prinzip unser Sigma direkt aufsplitten, wieder mal in A und B. Ich rücke das hier gerade mal kurz ein, damit wir erkennen können, was wozu gehört. So, okay. Wie funktioniert jetzt mein Verify? Mein Verify möchte überprüfen, ob diese Signatur auch wirklich gültig erstellt wurde. Das heißt, wir müssen irgendwie überprüfen, ob dieses B tatsächlich aus der Gleichung hier kommt und dass A auch tatsächlich hier dieses G hoch E ist. Wie machen wir das also? Naja, wir sagen, so, und jetzt brauchen wir wieder ein paar Potenzgesetze. A mal X. Naja, gut, wie kann ich A mal X benutzen? Ich habe hier G hoch X gegeben. Das heißt, ich werde jetzt hier irgendwas potenzieren müssen mit meiner Signatur Sigma. Ich habe ja hier A und B dabei. A ist G hoch E. Und B, naja, B ist halt einfach B. Und X ist, äh, mein H ist G hoch X. Das heißt, ich schreibe jetzt hier H hin, habe aber hier ein G hoch X stehen. So, und G hoch X, ich schreibe es jetzt tatsächlich doch mal als G hoch X hin. G hoch X, naja, G hoch X, wenn ich das Ganze hoch A mache, also hier das Ganze nochmal potenziere, das da drunter, dann habe ich hier G hoch X hoch A. Das ist im Prinzip H hoch A. Und dann kann ich sagen, okay, das Ganze landet jetzt innen drin, also G hoch X A oder auch AX. Umgekehrt im Prinzip. Das heißt, wenn ich hier H hoch A hinschreibe, steht hier G hoch AX. Das ist schon mal der erste Teil. Wie kriege ich jetzt dieses Plus zustande? Denn ich kenne ja E nicht. Naja, ich multipliziere einfach was hinten dran. Also mal, Achtung, und das ist jetzt nicht im Exponenten, das ist jetzt ganz normal wieder als normale Zahl gedacht. Mal G hoch E und das Ganze dann hoch B. Ihr werdet gleich sehen, dass wir E ja nicht haben, deswegen haben wir ein Problem. Und das Ganze hier wieder hoch B. Dann haben wir G hoch E hoch B. Dann steht hier im Prinzip G hoch E, B oder G hoch B, E. Äh, ja. Und wenn ihr jetzt hier G hoch E hoch B stehen habt, dann könnt ihr hier G hoch E ersetzen durch A. Also steht hier im Prinzip A hoch B. Und A ist uns ja bekannt. A steht hier einfach in der Signatur drin, B steht in der Signatur drin. Ja, und H steht im Public Key drin. Das heißt, wir haben hier im Prinzip alles, was wir brauchen, um hier hinzuschreiben, H hoch A mal A hoch B ist dasselbe wie, was? Also H hoch A ist ja, ups, nicht oben, ist dasselbe wie G hoch X mal A. Also AX im Prinzip. Und hinten dran A hoch B ist dasselbe wie G hoch E mal B. Also steht hier, na komm schon, G hoch E, B. So, und wenn ich das jetzt hier so hab, dann kann ich hier einfach ein Plus dazwischen setzen und hab hier G hoch AX plus EB stehen. Oder BE. Das ist ja egal, ob ich hier EB oder BE schreibe. So, und jetzt seht ihr vielleicht, dass AX plus BE ja M sein muss. Aber M hab ich ja in meiner Verify-Gleichung auch immer stehen. Ich finde es immer so schön, wenn das so aufgeht. Das ist einfach irgendwie ein befriedigendes Gefühl. Das heißt, das ist dasselbe wie G hoch M. So, und das ist meine Verify-Gleichung. Das heißt, ich überprüfe hier, ist denn mein H hoch A, also Public Key hoch A, das steht in meiner Signatur drin, mal A hoch B ist das gleich G hoch M. So, das ist jetzt das ganz normale LGMI-Signaturverfahren. Allerdings ist es nicht ganz so geil, weil wir uns Signaturen falsch generieren können. Also sozusagen, ja, nicht ganz auf legalem Wege, ohne den Secret Key zu haben, können wir uns eine Signatur generieren. Pausiert mich kurz und überlegt mal selber, wie man da was machen könnte. Und ansonsten könnt ihr jetzt gleich weitergucken. Wir sagen jetzt nämlich hier einfach mal, mein Angriff sieht folgendermaßen aus. Ich versuche das hier mal unten drunter zu kriegen. Und zwar, nein, ich mache es nebendran, dann sehen wir hier auch tatsächlich die Gleichung noch. Okay, also mein Angriff sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich setze mein A auf G hoch X. Wieso kann ich das machen? Naja, G hoch X, also ich nehme jetzt einfach mal an, ich habe keinen Secret Key, möchte aber trotzdem eine gültige Signatur erstellen. Und damit habe ich offensichtlich die Sicherheit des Verfahrens gebrochen. Okay, ich setze mein A auf G hoch X. Das kann ich machen. G hoch X ist der Public Key, den hat einfach jeder. So, das bedeutet aber implizit, dass mein E X ist. Und das bedeutet, ich habe irgendwie implizit den Secret Key benutzt. So, und jetzt sage ich noch, mein B setze ich auf minus A. Und was passiert dann mit der Gleichung hier unten? Naja, M ist ja auch gegeben. Das heißt, M ist gleich A X plus B E. Aber wir sehen ja, wir sehen ja hier, dass X ist E und E ist X. Das heißt, ich kann hier auch X einsetzen. So, und dann kann ich mein X hier aus der Gleichung raus multiplizieren. Das heißt, ich habe hier im Prinzip stehen X mal A plus B. So, und jetzt haben wir noch eine kleine Feinheit, nämlich B wähle ich als minus A. Das kann ich ja machen. B ist ja hier frei verfügbar. Das heißt, ich habe hier A minus A stehen und habe hier M als X. Weil A kürzt sich ja dann raus. Äh, Quatsch. A kürzt sich nicht raus. Hier steht A minus A. Also A ist, äh, hier in der Gleichung steht im Prinzip 0 drin. Das heißt, ich habe hier X mal 0 stehen und habe 0 als Nachricht. Das heißt, wenn ich meine Nachricht auf 0 setze, das heißt, ich kann hier eine gültige Signatur erstellen, wenn meine Nachricht 0 ist. Aber nur für diesen einen Fall kann ich das machen. Ohne Probleme zumindest. Es gibt da noch einen Angriff, ähm, für allgemeine, ähm, Nachrichten, aber nicht komplett allgemeine. Ähm, genau. Wenn ich hier meine Nachricht auf 0 setze, mein B auf minus A und mein A auf G hoch X, dann habe ich eine gültige Signatur. Und das, obwohl das Verfahren eigentlich sicher sein sollte und sowas nicht vorkommen dürfte. Und deswegen ist das Verfahren leider nicht ganz sicher. Deswegen schauen wir uns nächstes Mal das Schnorrverfahren an. Ähm, das Schnorrverfahren ist tatsächlich, äh, glaube ich, nicht beweisbar sicher. Aber es existiert auch nicht wirklich ein Angriff dagegen. Gut, das war's von meiner Seite mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.